meine lieben also alle schwangeren hier jetzt werden mich voll und ganz verstehen können weil eine schwangere kann es nicht abwarten bis der nächste frauenarzt termin ist und deswegen haben wir uns informiert und haben ein ultraschallgerät für zu hause gefunden und an die ganzen übermuttis da draußen ihr dürft aufatmen ok nicht gleich ausrasten wir waren mit dem gerät bei ärzten haben uns informiert wir dürfen das bedenkenlos verwenden sogar mehrmals also ganz ruhig es kann wir verwenden das jetzt und ihr dürft zuschauen okay ich habe die software schon auf dem laptop installiert alles schon vorbereitet also in dem paket war mit drinne dieser baby watcher dann sogar ein scan gel was dann auf den bauch kommt der laptop wo dann auch die software drauf ist und dann auch dieses dieses scanner ja wir gehen gerade schwer davon aus dass das flackern hier das herz ist natürlich keine ärzte ne wir suchen jetzt mal den kopf so läuft schon schatz oh mein gott das ist so aufregend mal schauen ob wir das jetzt hinkriegen wir waren wirklich mit dem gerät bei der frauenärztin die hat uns das go gegeben also man muss sich da wirklich keine gedanken machen ganz entspannt ja also wenn ihr bock habt bei eurem baby mal rein zu hören dann können wir das wirklich von gutem herzen empfehlen weil es einfach toll ist aber es ist einfach geil da einfach mal rein zu schauen ja also wenn ihr euch auch für das gerät interessiert dann guckt auf jeden fall bei baby watcher channel mal vorbei da findet ihr alle informationen die ihr braucht also ich muss sagen baby watcher das ist echt eine geile sache heute ist wirklich baby tag wir werden nämlich jetzt noch einkaufen fahren und möbelhäuser abklappen ja auch ja ja Schatz.